Und 5 Jahre Garantiezeit. Zur Feier des Tages haben wir ein volles Programm, nämlich erstens die Aktion Alt gegen Neu. Insgesamt 50 Teilnehmer haben sich im Internet registriert und können hier ihre alte Nähmaschine gegen ein neues Modell mit Computersteuerung eintauschen. Außerdem gibt es noch ein Gewinnspiel. Das ist da, wo sich die Leute schon ein bisschen anstellen. Wir haben da hinten eine Gewinnspielbox, da wirft man seine Karte ein. Es gibt drei Tagespreise, einmal drei Nähmaschinen vom Modell Veritas Alina und dann einmal die Veritas Carmen. Das ist sozusagen das Premium-Modell von Veritas. Und wir haben ein paar Stargäste, da gibt es Interviews und Signierstunden. Wir fangen auch gleich an mit dem ersten Programmpunkt. Ich habe hier einmal den Herrn...